Hallo ihr Lieben. Obwohl wir im Moment alle krank sind und Louis ganz besonders, er hatte heute morgen noch über 40 Fieber, ne? Ja. Wollte ich euch mal zeigen, wie gut gelaunt der kleine Mann gerade ist. Er hat sich schon ein Säckchen ausgezogen und er ist hier am Turnen. Ne? Und ist hier am Lachen und am Erzählen. Und wenn die Mama das Fieschen packt, dann ist er am Lachen. Dann ist er ganz am Lachen. Erzähl mal. Erzähl mal. Ja. Der kleine Mann ist, ja, jetzt schon über ein halbes Jahr. Ne? Ja. Und ja, ich wollte euch einfach nur mal gerade zeigen, wie gut er gelaunt ist, obwohl er krank ist. Wobei das natürlich auch nicht die Regel ist. Also ich meine, er ist natürlich auch viel am Meckern und am Weinen und am Schimpfen. Und vor allem hat er so Probleme mit der Nase, dass sie zu ist, trotz Nasenspray und Muttermilch und Meerwasser, was wir da alles probieren, dass die frei wird. Ne? Ja. Und dann fällt ihm das Trinken natürlich auch sehr schwer, weil er nicht richtig Luft bekommt. Und dann ist er natürlich auch am Meckern und am Schimpfen. Aber generell ist er ja eigentlich immer gut gelaunt und ein freundliches Baby, ne? Wie ist denn ein freundliches Baby? Wie ist denn ein freundliches Baby? Ja. Und wir Wir killern den Luis jetzt noch ein bisschen. Was? Was erzählst du? Was erzählst du? Ja, da wissen wir Bescheid. Luis hat euch alles weitere gesagt. Und euch alle Informationen gegeben. Ne? Ne? Genau. So, also wisst ihr Bescheid. Übrigens, das Geklapper im Hintergrund ist Twinny. Die ist hier gerade am Futtern. Und ja, meine Lieben, ich würde sagen, wir sehen uns. Luis, sag mal tschüss. Sag mal tschüss. Na sagst du tschüss? Na sagst du tschüss? Los, sonst kille ich dich noch mal. Kille ich dich noch mal. Kille ich dich noch mal. Ja, das war's. Tschüss. Tschüss. Auf nach dem auch.